Ich lebe wirklich fürs Wochenende. Besonders seit mein Wohnzimmer zum Büro geworden ist. Freitags bin ich daher gerne spontan und für alles bereit. Das heißt, ich kann meine Freundin auf einen Kaffee treffen und dann am anderen Ende von Köln mit meinem Freund brunchen. Mit Dot komme ich überall hin. Das heißt, ich kann meine Freundin auf einen Kaffee treffen.